Und vielen Dank für die Möglichkeit, heute vor Ihnen über den Sinn des Lebens sprechen zu werden. Meine These, damit fange ich gleich an, jeder von Ihnen hat die Antwort selber schon gegeben. Mit seinem Leben, so wie er oder sie es im Augenblick lebt. Das konkrete Leben ist die Antwort, nicht ihr Ideal gilt. Der Sinn des Lebens ist es nicht, was wir uns heute Abend so zurechtdenken, sondern das, was Sie den ganzen Tag gemacht haben. Wir werden heute Abend Merkmale herausfinden, Kennzeichen nennen, woran Sie merken, was der Sinn Ihres Lebens ist. Welchen Sinn Sie ihm gegeben haben. Es gibt Fragen, die stellen sich automatisch von selbst. Zum Beispiel, ob und welchen Beruf Sie gewählt haben, was Sie anziehen morgens nach dem Aufstehen. Die Sinnfrage stellt sich nicht von selbst, sie fällt nicht auf. Die Sinnfrage bleibt unsichtbar, unausgesprochen, bis sie einer stellt, wie ich heute Abend. Oder bis man, wie es mir passiert ist, in eine Situation kommt, wo das Leben sie einem stellt. Man kann die Sinnfrage, hat Viktor Frankl gesagt, so lange aufs Eis schieben, bis das Eis bricht. Bis man in eine Situation gerät, wo alles sinnlos scheint, wo aber nur sichtbar wird, wie sinnlos es vorher schon vielleicht war. Ich werde die Sinnfrage nicht von Ihren möglichen und tatsächlichen Lebenskrisen herstellen. Zum einen finde ich das unfair. Es ist nicht redlich, erst eine persönliche Katastrophe, Burnout zu konstruieren oder ein tatsächliches Unglück auszunutzen, um einem Menschen, der dann ja wirklich in diesem Moment hilflos ist und ratlos, die Sinnfrage überzubügeln. Zum anderen ist es sinnlos. Denn wenn es mir schlecht geht, brauche ich erst die Hilfe und bin zu grundsätzlichen Überlegungen gar nicht in der Lage. Es ist wie bei der Feuerwehr. Der Brandschutz ist die Sinnfrage. Das ist das Wichtigste. Aber wenn es brennt, müssen Sie erst löschen und nicht über Brandschutz diskutieren. Es wäre ziemlich gemein, sich nebenhin zu stellen, nichts zu tun und zu sagen, ich weiß, warum dein Haus brennt. Ich werde die Sinnfrage nicht von Ihren Schwächen herstellen, sondern von Ihren Stärken. Denn ich möchte, dass Sie für sich auf diese Frage eine starke und tragfähige Antwort finden. Anhand von Vergleichen, von Bildern, möchte ich Ihnen zunächst zeigen, dass in der Sinnfrage drei andere Fragen sozusagen versteckt sind. Denken wir zuerst an den Rummelplatz, die Kerb, die Kirchwein. Ich weiß gar nicht, damals in Offenbach, ob ich gerne hingegangen bin. Aber eins habe ich in Erinnerung, ich gehöre ja noch zu der Generation, die zur Einschulung keine Kreditkarte geschenkt bekommen hat. Wir hatten bei unseren Rummelplatzbesuchen eine begrenzte Kapitalmenge. Ich knüpfe an meinen Vorredner an zur Verfügung. Die meisten bekamen eine D-Mark für den ganzen Tag auf dem Rummelplatz. Manche haben das Geld gleich am ersten Stand ausgegeben. Andere sind über den Markt gelaufen, haben Angebote verglichen, sich das perfekte Programm zusammengestellt, soweit man das für eine D-Mark konnte. Ich gehöre zu dieser zweiten Gruppe. Ich wollte herausfinden, wofür sich der Einsatz meines kleinen Kapitals lohnt. So ein verwirrend buntes Angebot und so begrenzte Möglichkeiten. Irgendwann war meine Entscheidung gefallen. Autoscooter. Nein, nicht die Losbude. Und das Kettenkarussell im nächsten Jahr. Ich hatte mir geschworen. Nie wollte ich dastehen, den Mund voller Zuckerwatte und noch voll Sehnsucht. Aber das Kapital ist zu Ende. Seit 50, seit 70, seit 30 Jahren befinden Sie sich mit mir schon auf dem Jahrmarkt des Lebens. Ein unglaublich spannendes und attraktives Angebot umgibt uns. Möglichkeit, das Leben zu gestalten, dieser Mensch zu werden oder jener. Auch Sie sind mit Kapital ausgestattet worden. Sie haben Zeit, Kraft, Geld, Besitz, Fantasie, Ideen, berufliche, private Gestaltungsräume. Und die Frage ist, wofür lohnt es sich, das Lebenskapital auszugeben? Denn nicht vergessen, das Kapital ist begrenzt. Meistens kann man bestimmte Arten von Wahl nur einmal treffen. Und anders als beim Rummel, das Kapital muss ausgegeben werden. Leben können Sie nicht sparen. Sie können Ihre Lebenszeit nicht auf die Bank bringen. Aufgespartes Leben bringt keine Zinsen, sondern vergammelt. Jeden Tag erleben Sie nur einmal. Er ist wie Kapital, das investiert werden wird. Die Frage ist nur, wofür lohnt sich dieser Abend? Wozu soll ich diesen Nachmittag einsetzen? Wofür lohnt sich mein ganzes Leben? Wozu sind Sie eigentlich da auf dem verwirrenden Jahrmarkt der Möglichkeiten? Verstehen Sie, warum ich gesagt habe, die Sinnfrage liegt unter der Oberfläche verborgen? Weil wir natürlich Tag aus, Tag ein Dinge tun, ohne uns diese Frage zu stellen. Weil alles so scheinbar notwendig, fast zwangsläufig ist. Aber eben nur scheinbar. Denn kein Mensch ist einfach nur opferfremder Pläne oder von Sachzünden. Mensch sein heißt das Leben als Folge eigener Entscheidungen begreifen und zu verantworten. Das hat mit Glaube und Gott zunächst noch gar nichts zu tun. Irgendwann, also wenn Sie ein paar Runden auf dem Jahrmarkt gedreht haben, Angebote des Lebens geprüft und auch schon ausprobiert haben, holt Sie die Frage, wozu eigentlich ein? Nicht mehr was? Was habe ich? Was kann ich? Sondern wozu habe ich das? Wozu kann ich das? Und je mehr Lebenskapital Sie schon investiert haben, desto wichtiger wird es Ihnen werden, auf diese Wozu-Frage wirklich eine gute Antwort zu finden. Wie gesagt, wir reden noch gar nicht über den Glauben oder über die ewigen Dinge. Es geht um die für jeden ehrlichen Menschen nachvollziehbare Beobachtung. Am glücklichsten ist doch ein Mensch, der wirklich weiß, wozu er hier auf dieser Erde ist. Der erfüllt es von der tiefen Gewissheit, ich bin nicht vergeblich hier. Die Wozu-Frage ist die erste Form, in der uns die Frage nach dem Sinn des Lebens begegnet. Aber in der Sinnfrage steckt noch eine zweite Frage, und die soll es jetzt gehen. Der Atomphysiker Werner Heisenberg beschreibt sie mit einem Bild. Die Welt von heute gleicht einem wundervollen Ozeandampfer. Die komplizierten Maschinen funktionieren gut, die Passagiere tanzen zur Bordmusik, in den Küchen wird ausgezeichnet, gebraten und gekocht. Alle sind vergnügt und tätig. Das Ganze ist großartig. Nur, der Anker fehlt und der Kompass ist kaputt. Wie gesagt, wir reden nicht von der Titanic. Eine Gesellschaft, die ohne klaren Kurs dahin dümpelt, muss nicht todunglücklich sein. Das sehen wir jeden Tag. Das gilt auch für jeden Einzelnen, für jeden von Ihnen heute Abend hier. Wenn Sie Ihr Ziel nicht kennen, können Sie trotzdem viele auf den ersten Blick sinnvolle Dinge tun. Auch ohne Ziel, auch ohne Sinn gibt es wichtige Fragen. Z.B. fahren Sie 1. oder 2. Klasse? Ist Ihr Schiff rot oder schwarz, gelb oder grün angestrichen? Sie können über das Menü und über das Wetter diskutieren. Ich stelle mich alles in Frage, was Menschen für ihr vermeintliches Ziel halten. Ich will niemand sein kleines Glück madig machen, weil ich selbst weiß, wie schön das kleine Glück ist. Ich sage nur, noch schöner ist es, wirklich ein Ziel zu haben. Man kann die Fahrt auf dem Schiff genießen, sich an der Techniker freuen, an der Musiker gucken, essen, auf dem Schiff wie im echten Leben. Aber es ist doch einfach besser zu wissen, wohin diese Fahrt geht. Es ist beruhigend zu wissen, dass man nicht in Ewigkeit auf dem riesigen Ozean verloren ist, umhertritt, bis der Diesel für die Schiffsmotoren alle ist und dann umhertritt, ohne je wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. Ein Ziel haben verändert jeden Tag. Zu kennen, wo es lang geht, verändert die Einstellung zu allen Dingen. Sie unterscheiden, was endgültig und was nur vorläufig wichtig ist. Mit einem Ziel trennen Sie dem kleinen Glück nicht mehr hinterher, als ob es das Große nicht gäbe. Mit einem Ziel verliert Ihr Leben nicht den Sinn, wenn Sie einmal kein Glück mehr haben. Das kann ja vorkommen. Also die Zielfrage, die Wohin-Frage, ist die zweite Gestalt, in der Ihnen die Frage nach dem Sinn des Lebens begegnet. Noch eine dritte Frage verwirkt sich in der Sinnfrage. Anders als die ersten beiden stellen Sie sich nur einen Teil der Menschen. Anderen sind Sie vollkommen egal. Aber weil sie alle Menschen angeht, will ich sie trotzdem stellen. Es ist die Frage, woher wir eigentlich kommen. In zwei Beispielen will ich Sie verdeutlichen. Waren Sie schon mal nachts in einer Gegend unterwegs, in der es auf der Erde nicht so viel künstliche Beleuchtung gibt? In einer wolkenlosen Nacht kommt einem der Sternenhimmel da sehr nah. Dann sucht Sternwetter, überlegt, dass man Sterne sehen kann, die es schon lange nicht mehr gibt, nur weil ihr Licht noch unterwegs ist. Mein persönliches Gefühl ist dann, dass ich mir zugleich unendlich verloren und unendlich geborgen vorkomme. Damit meine ich, weil ich weiß, dass unsere Erde auch nur so ein winziger Stern in diesem kalten Weltraum ist und ich ein winziger Punkt auf dieser Erde, denke ich manchmal, wie unheimlich ist das. Und manchmal denke ich, was für ein Wunder, dass es Leben, dass es sogar mein kleines Leben gibt. Ein jüdischer Rabbi hat einmal gesagt, jeder Mensch hat zwei Taschen. In der ersten liegt ein Zettel, da steht drauf, du bist nur ein Staubkorn im Universum. Und auf dem anderen Zettel steht, ich habe das Universum für dich erschaffen. Zweites Beispiel. Manche von uns lässt es nicht kalt, wenn Naturwissenschaftler beweisen, wie zufällig in der Biologie Leben entsteht. Wie viel von dem, was wir für hohe geistige Leistung halten, nur evolutionsbedingt ist. Mein Vater war Kinder- und Jugendpsychiater, er hätte nicht an Gott glauben können. Seine Habilitationsschrift hieß, is brain really necessary. Und dass es eine Seele gibt, das kam für ihn überhaupt nicht infrage. Angeborene Reflexe und ein klein bisschen meistvergebliche Erziehung. Das ist das Menschenleben, so sprach er. Man braucht nicht an die Evolutionstheorie zu glauben, um sich allein auszumalen, was für ein Zufall es bei jedem von uns heute Abend hier ist, dass sich zum Beispiel ihre Eltern getroffen haben und genau in der einen Nacht nicht verhütet haben. Sonst wären sie an andere gar nicht da oder was weiß ich. Also woher kommen sie? Und wenn Sie die Frage nicht nur wie in diesen beiden Beispielen eben naturwissenschaftlich nehmen, bekommt sie noch eine andere, sehr ernste Diskussion. Hinter der Woher-Frage steht nämlich mehr als ein Gedankenspiel oder eine philosophische, naturwissenschaftliche Diskussion. Hinter der Woher-Frage steht die ernste, die todernste Frage, sind sie, bist du eigentlich gewollt? Zunächst von meinen Eltern. Die schwierigsten Gespräche in der Seelsorge sind Gespräche mit Menschen, die von ihren Eltern auf irgendeine Weise vermittelt bekommen haben, dass sie nicht gewollt haben und sind. Manche sehr subtil und indirekt, oft leider auch sehr direkt und brutal. So oder so können die Eltern keine letzte Antwort auf die Woher-Frage geben. Ob sie gewollt oder bejaht sich fühlen, hängt noch von anderen Dingen an. Die Woher-Frage, das merken Sie, geht viel tiefer. Wer gibt ihnen eigentlich heute eine Bedeutung? Woher empfängt ihr Leben seinen Wert, wenn Menschen immer wieder achtlos an ihnen vorbeigehen? Sie merken, es geht bei der Woher-Frage um mehr als den Sternenhimmel und die Evolutionstiere. Vielleicht, denke ich manchmal, stellen uns die Sterne diese Frage noch auf die freundlichste Weise. Die Frage nach dem Sinn des Lebens schien zunächst abstrakt. Sie wird konkret in den drei Fragen, wozu sind sie eigentlich da, wofür lohnt es sich zu leben, Stichwort Jahrmacht. Zweitens, wohin ist ihr Lebensschiff unterwegs? Und drittens, woher komme ich? Von woher bin ich gewollt? Stichwort Sternenhimmel. Man kann mit diesen Fragen sehr unterschiedlich umgehen. Ich möchte Ihnen nun ein paar Möglichkeiten zeigen, die mich nicht überzeugen. Das kann ich mit gutem Grund sagen, weil ich sie alle selber schmerzhaft schon ausprobiert habe. Unser Leben gleicht einem Weg, den wir durchlaufen, dem Lebenslauf. Dieser Weg besteht aus Stationen, die wir meist nacheinander durchlaufen. Die Stationen sind wie Teilziele, Etappen des Lebensweges. Jedes dieser Teilziele erfordert Kraft und Zeit. Die meisten Lebensziele erreichen wir leider nicht automatisch. Stellen Sie sich einmal die möglichen Lebensetappen einer fiktiven Biografie vor. Einiges ist bei Ihnen auch so, andere ist vielleicht nicht. Wenn ich mich hier umschaue, stelle ich fest, das erste Teilziel Schule haben die meisten hier im Saal erreicht. Andere stellt, erleben Sie jetzt nochmal ganz neu mit Kindern oder Enkeln, wie sehr einen das Erreichen schon dieses ersten Zieles mit Beschlag belegt. Kaum ein Mittagessen, wenn die Enklar-Wochenende da sind, ohne dieses Thema. Oder nehmen Sie das Teilziel Beruf. Nicht nur, dass die Ausbildung viel Energie kostet, nach dem Abschluss geht der Stress erst richtig los. Die Suche nach Arbeit lässt Menschen die Heimat verlassen und dann hier in der Gegend eine neue Heimat finden. Die Angst vor Arbeitslosigkeit macht bereit zu vielen Zugeständnissen. Nur, das Thema Partnerwahl wüht einen in dieser Lebensphase noch mehr auf und drängt fast alles andere an den Land. Aber wer geglaubt hat, es gebe kein einschneidendes Teilziel als die Hochzeit, der hat noch eine Nacht mit einem schreienden Zeugel verbracht. Selbst Teilziele, die man früher belächelt hat, bekommen plötzlich Bedeutung. So schreckliche Worte wie Altersvorsorge nehmen auf einmal nicht nur die anderen in den Mund. Man verlangt für die Ziele, für alle diese Ziele dem Körper das Letzte ab und plötzlich bangt man um ihn. Gesundheit wird zum Lebensziel. Hauptsache, Gesundheit plötzlich ein ernst gemeinter Wunsch. Sind Sie auch erschrocken, als Ihnen das das erste Mal jemand zum Geburtstag gewünscht hat? Es soll Leute geben, die rennen bis 60 hinterm Geld und ab 60 mit dem Geld hinter den Ärzten her. Vielleicht sieht das bei Ihnen anders aus. Besteht Ihr Leben aus anderen Taten. Nur im letzten Lebensziel, dem Tod, kommen wir alle wieder zusammen. Obwohl wir ehrlich gesagt dieses Ziel ja nicht bewusst ansteuern. Meistens jedenfalls nicht. Müssen wir es trotzdem irgendwie gestalten. Jetzt stellen Sie sich vor, dass unter diesen Etappen Ihres Lebenszieles darunter ein großes Fragezeichen steht. Darauf will ich hinaus. Das ist die Frage, was verbindet bei Ihnen die Teilziele zu einem Ganzen? Welche Klammer hält Ihre Etappen zusammen? Was gibt sozusagen Ihrem Lebenslauf die Ausrichtung? Und das ist keine theoretische Frage. Die Entscheidung hat sehr praktische Auswirkungen in Ihrem Leben. Welchen Sinn Sie auch immer wählen, er hat konkrete Auswirkungen auf Ihre Biografie. Was Sie zum Ziel Ihres Lebens machen, auch wenn Sie sich dieses Ziel da durch einstehen oder meinen, gar kein Ziel zu haben, das bestimmt den Umgang mit den Teilzielen. Ich nehme zwei Beispiele. Wenn Sie etwa sagen, der Sinn meines Lebens ist es, möglichst viel Geld zu verdienen, ich sage das völlig wertfrei, dann wird jede Lebensetappe von diesem Ziel gesteuert. Ihr Interesse in der Schule, Ihre Berufsentscheidung, sogar die Partnerwahl oder die Kinderfragen. Und auch der Tod wird davon geprägt sein, wenn dieses Ziel erreicht wurde und geklappt hat, dass es Streit ums Erbe gibt. Das sagt natürlich kein Mensch hoffen und oft ist es ja eine unbewusste Entscheidung, die die Lebensziele dann eben heimlich prägt, aber nicht weniger stark. Wenn Sie aber sagen, auch das, völlig wertfrei gemeint, der Sinn meines Lebens ist es, möglichst vielen Menschen zu helfen, sie glücklich zu machen, dann werden Sie die Stationen Ihres Lebens unter dieser Sinnperspektive ordnen, ansteuern, gestalten, nicht nur die Berufswahl. Das heißt, was Sie heimlich oder offen zum Sinn Ihres Lebens erklären, wird zur eigentlichen Triebfehler Ihrer Biografie. Es bestimmt und steuert jede Phase Ihres Lebens. Und nun möchte ich Sie auf zwei Gefahren im Umgang mit dieser Sinnfrage hinweisen. Die erste Gefahr besteht darin, eine beliebige Lebensstation auf diesem Bogen mit dem Sinn des, Ihres Lebens gleichzusetzen, also sozusagen ein Teilziel für das Gesamtziel zu halten. Was ist daran gefährlich? Wenn Sie die Etappe erreicht haben, sind Sie schon am Ende. Dann passiert nichts mehr. Aber weil ein Etappenziel doch nicht ganz erfüllen kann, bleibt ab diesem Moment eine merkwürdige Lehre. Oder? Was auch passieren kann, das Etappenziel wird zur Sucht, frisst einen vollkommen auf, zerstört die Beziehung. Also, ein Beruf, auch ein so wunderschöner Beruf wie unser, als absolutes Lebensziel, macht nicht nur mich selber kaputt, manchmal auch meine Familie, meine Beziehung. Kinder als einziger Lebensinhalt machen dich zur schlechten Mutter, nicht zum schlechten Vater. Ein eigenes Haus ist ein schönes Teilziel, als einziges Lebensziel wird es zum goldenen Käfig, der nur noch die Heimwerker merkt, die glücklich macht. Die Schule, jedes Hobby darf nicht vom Rand des Lebensbogens in die Mitte rutschen. Sie selbst gehen kaputt und auch für dieses Teilziel ist es nicht gut. Es bekommt eine selbstzerstörerische Eigendynamik. Die Teilziele werden immer größer, immer mächtiger und fressen das ganze Leben auf. Wenn Sie aber das Teilzielen, das Sie mit dem Sinn Ihres Lebens gleichgesetzt haben, nicht erreichen, was sich keinem von uns wünschen, bricht nicht nur Ihr Sinngefüge, das Ihr Lebenshaus bisher wie ein Fundament getragen hat zusammen. Über den Sinn zu reden, ist auf einmal keine abstrakte Diskussion mehr, sondern entscheidet über Leben und Tod. Ein Junge, von Eltern aus meinem Freundeskreis, sollte der Erste in der Familie sein, der das Abitur schafft. Er verinnerlicht das Ziel, kennt nichts anderes mehr, aber er ist überfordert. Sein Wesen verändert sich total, seine Fröhlichkeit verschwindet, er lebt für das Teilziel Abitur, aber er schafft es nicht. Zweimal nicht. Abendfüllende Diskussionen, in denen auf einmal der Satz fällt, ich bringe mich um. Gott sei Dank hat er das nicht getan. Oder eine Frau aus dem Freundeskreis, Mitte 50, plötzlich Schlafstörungen, um drei Uhr morgens ist ihre Nacht vor. Depressionen, die tiefer gehen als normale Traurigkeit, sie geht zum Arzt, der tippt auf Wechseljahre und verschreibt die üblichen Präparate. Viele Gespräche im Freundeskreis, wir können ihr auch nicht helfen, aber wir finden die Ursache heraus. Es begann in dem Monat, als das letzte ihrer Kinder das Haus verlassen hatte. Die Kinderzimmer sind leer, so leer wie ihr erinnerst ist. Sie war 25 Jahre, eine unvorstellbar lange Zeit nur Mutter gewesen, hatte ein wunderschönes Teilziel mit dem Gesamtziel verwechselt. Sehr früh sind jetzt die Kinder rausgezogen, sehr weit weg, wie auf Abstand zu dieser intensiven Mutter. Was passiert in solchen Fällen? Ein Abitur, die Kinder, rutscht vom Land in die Mitte, wird zum Lebensziel, zum Sinn des ganzen Lebens. Dabei geht das Teilziel kaputt. Kein Teilziel verkraftet es, auf Dauer ihr ganzes Leben zu tragen. Gefahr Nummer zwei ist, die Erfüllung immer ausgerechnet von der nächsten Etappe zu erwarten. Dieses weit verbreitete Lebensgefühl, das eigentlich kommt noch. Oder wenn ich das geschafft habe, dann geht es richtig los. Aber sobald man die nächste Etappe, das nächste Teilziel erreicht hat, verschiebt man die Erwartung einfach wieder auf die nächste Etappe. Und das kann sich ein Leben lang wiederholen. Und es beginnt sehr früh. Werfen Sie mal einen Blick in die Augen der Kindergartenkinder, wenn die Erstfester kurz vor zwölf am Kindergarten vorbeilaufen. die großen, unerreichbar weit entfernten Erstfester aus der geheimnisvollen Welt der Schule mit feinen Heften, Mäppchen und riesigen Schulranzen, wenn ich erst einmal mit diesem Satz beginnt das Erwachsen werden. Und es geht weiter. Wenn ich doch die Schule hinter mir hätte, die Berufsausbildung geschafft, endlich Geld verdienen würde und so weiter bis zum Ruhestand, erst aber dann meistens auch nicht so richtig bringt. Bloß, dann kann man sich nicht mehr nach dem Danachsehnen, denn was kommt nach der Ruhe? Genauso im privaten Bereich. Immer früher die Sehnsucht, nach der ersten Partnerschaft immer höher die Erwartungen und die Ehe. Warte mal, sagt sie nach vier Jahren, bis das Kind da ist, dann geht es nochmal richtig los mit uns beiden. Aber dann geht es wirklich los. Nur ganz anders, als sie sich das vorgestellt hatten. Warte mal, sagt er, nach 20 Jahren, wenn die Kinder erst mal aus dem Haus sind, dann holen wir alles nach. Und am Ende sitzen die beiden da, das Fotoalbum auf den Knien und halten die Fotos für das Leben, das sie nie gelebt haben. Es ist zum Lachen und zum Weinen zugleich. Vielleicht an dieser Stelle eine erste Ahnung, wie sinnerfülltes Leben aussehen könnte. vielleicht gar keine anderen Stationen, aber jederzeit die Erfüllung des Glücksgefühls, das jetzt heute, das ist mein Ding. Es findet jetzt statt. Und nicht irgendwann. Eine wirkliche Antwort auf die Sinnfrage müsste diese Erfüllung, dieses Glücksgefühl bringen. Und weil es um ihr Leben geht und sie wie ich nur eins haben, wünsche ich ihnen, dass sie sich nicht mit vorschnellen Lösungen zufrieden geben. Auch nicht mit vorschnellen, frommen oder spirituellen. Das sind manchmal die gefährlichsten. Was für ihr Leben sinngebend sein soll, das muss es mit allen Teilen sie in allen Etappen ihres Lebensbogens aufnehmen können. Was sie nicht in jedem Teilziel ihrer Biografie trägt, taugt nicht als Lebenssinn. Meine These, wie wir dem Sinn auf die Spur kommen. Und ich bitte Sie, das jetzt kritisch zu prüfen. Der Sinn des Lebens fällt uns nicht in den Schoß. Der Sinn unseres Lebens ist immer etwas, an dem wir aktiv beteiligt sind. Eine Alltagsgeschichte. An einem kalten Wintertag sitzt ein Junge gelangweilt in einer Ecke. Er weiß nicht, was er machen soll. Alles hündet ihn an, sein ganzes Spielzeug findet er zum Sterben langweilig. Er blättert in Spielzeugprospekten und fordert quengelnd neue Investitionen im unterhaltigen Sektor. Er schaut eine halbe Stunde fern, macht dann aber enttäuscht aus, weil er alles schon einmal gesehen hat. Da überrascht ihn sein Vater mit einer Idee, komm, lass uns draußen ein Iglu bauen. Der Junge ist hin und weg, ist sein Langeweiler auch. Stundenlang verlieren sich die beiden ans Iglu bauen. Der Junge, der sonst nach fünf Minuten spazieren gehen über die Kälte klagt, baut weiter mit Klammfingern, roter Nase und nassen Füßen. Ein Projekt, ein Traum von einem Iglu, in das man sogar hineingehen kann. Am Abend, nach einem heißen Bad und bei einer Tasse Kakao stellen beide fest, das war wirklich ein super Tag. Diesen Gedanken möchte ich etwas vertiefen. Dazu muss ich von einer Sehnsucht sprechen, die in uns Menschen kommt. Wenn Sie einmal ganz tief in sich hineinhorchen, kann es sein, dass Sie diese Sehnsucht spüren. In uns Menschen lebt die Sehnsucht, an etwas teilzuhaben, zu etwas zu gehören, das größer ist als wir selber. Uns hinzugeben an Menschen oder ein Projekt, das über uns hinaus heißt. Der Junge war über die Hingabe an das Projekt IGLU erfüllter und dauerhaft glücklicher als über jede Fernsehsendung jedes gekaufte Spielzeug, der Vater übrigens auch. Dabei lag der Wert ja nicht mal in dem IGLU selbst. Das wird irgendwann schmelzen und nur noch in Erinnerung da sein. Aber in der Hingabe an das gemeinsame Projekt ist zwischen Vater und Sohn etwas entstanden, das höhere Realität und Bedeutung hatte als alles, was man für Geld kaufen kann. Ich wünsche uns, dass wir in unserem Leben schon solche IGLUs gebaut haben. Dass wir uns mit kalten Fingern und erschöpft aufgemuntert haben. Wir schaffen das. Und wenn Sie verstehen, dass es vielleicht gar kein Widerspruch ist, wenn ich sage, ich finde mich, wenn ich mich an etwas verliere. Ich finde mich, wenn ich mich an etwas verliere. Ich finde mich am allermeisten da, wo ich mich an etwas verlieren kann, was mich im tiefsten Inneren berührt und bewegt. Ich finde mich in der Hingabe an etwas, was mich erfüllt. Damit möchte ich eine mögliche Fährte zeigen, auf der es sich lohnt, nach dem Sinn des Lebens noch eine Weile zu üben. Vielleicht können Sie andere besser sehen. Vielleicht haben Sie auch Vorbehalte und Ängste, wenn ich sage, ich finde mich, wenn ich mich verliere. Es hört sich ja zunächst immer noch etwas ungewöhnlich an. Aber gehen Sie in Gedanken zumindest noch ein Stück mit. Sie werden nämlich auf diesem Weg mehr finden, als sie durch schlaue Bücher oder theoretische Auskünfte bekommen können. Nach meiner Auffassung muss Sinnfindung praktisch geschehen, in meinem Alltag stattfinden. Sinn kann ich mir nicht ausdenken und theoretisch bewahrhalten. Und deswegen, an was ich mich hingebe, mit allem Engagement und Einsatz, das ist der Sinn meines Lebens. Ein Jugendfußballtrainer möchte aus einem Haufen Zehnjähriger eine Mannschaft formen. Er steht bei Wind und Wetter auf dem Fußballplatz, liest Bücher über Taktik und Psychologie, fährt sogar auch Fortbildungen und gibt fast jedes Wochenende dran. So ein Mensch sagt nicht, mein Leben hat keinen Sinn. Schon eher stellt sich die Sinnfrage für die Ehefrau dieser Jugendfußballtrainer. Oder jemand ist Feuer und Flamme, weil er sich in der Liebe zu einer anderen Person weggeschenkt hat. Alle Fantasie und Energie verwendet er darauf, ihre Aufmerksamkeit und Zuneigung zu und Schlungen auf einer roten Bank mitten im Wald. So ein Mensch sagt nicht, mein Leben hat keinen Sinn. Also Hingabe heißt, ich finde Erfüllung und Glück darin, mich in etwas zu verlieren und zu verlieben, was außerhalb meiner Selbst liegt. Ich empfinde es nicht als Verlust, sondern als Gewinn, mich einmal loszulassen. Ich glaube in der Tat, nach 56 Jahren auf dieser Erde, Sinnfindung ist ohne den Preis der Hingabe nicht möglich. Und das Sinnlosigkeitsgefühl in unserem Land hat etwas damit zu tun, dass die Menschen sich nicht mehr hingeben können oder wollen. Und das ist meistens sogar verständlich, weil Hingabe enttäuscht wurde, weil man ausgenutzt wurde oder sich ganz einfach schrecklich geirrt hat. Man hat sich an eine Person hingegeben oder fallen gelassen und sagt sich nie wieder, nie wieder, lieber allein als dieses Risiko noch einmal eingehen. Oder jemand hat sich verloren oder verschenkt an eine Aufgabe, ein Beruf wurde ausgenutzt und am Ende überflüssig und sagt sich, nie wieder werde ich mich so engagieren. Und doch, bis zu diesem Zeitpunkt war das eben der Sinn des Lebens von diesen Menschen. Wir werten nicht, dass es ein guter Sinn, für den lohnt es sich und dafür nicht. Was sie zum Sinn ihres Lebens machen, ist ihre persönliche Entscheidung. Über die wird nicht geurteilt. Nur woran sie sich hingeben, das wird ihr Lebens Sinn. Ganz gleich, ob sie es offen tun und ihnen davon erzählen können, ob es heimlich geschieht oder meistens ihnen gar nicht so richtig bewusst ist. Manche sitzen vielleicht heute Abend hier rum und es wird ihnen schlagartig klar, verdammt, mein Leben hat ja bereits einen Sinn, aber wollte ich überhaupt, dass es dieser Sinn ist. Wenn es gut geht und liebe Leute, oft geht es gut mit der Hingabe, stellt sich etwas sehr Schönes ein. Sie erfahren Lebenslust und Daseins Freude. So stark, dass man es ihnen von außen ansieht. Sag mal, was ist denn mit dir passiert? Ach, weißt du, das ist nur die Hingabe. Im Ernst, wer in der Hingabe Erfüllung gefunden hat, strahlt das raus, nicht nur als Verliebte. Auch die Frau wird ihr Mann und dem Jungen etwas angemerkt haben, als sie vom Iglu-Bau nach Hause kamen. Aber noch etwas müssen sie wissen, um das mit der Hingabe richtig zu verstehen. Sie werden Glück und Lebensfreude nicht finden, wenn sie Glück und Lebensfreude suchen. Sie müssen den Grund für Glück suchen, um ihr Glück zu finden. Wenn sie die ganze Zeit direkt und ausschließlich auf ihr Glück fixiert sind, dann verkrampfen sie. Dann werden sie es nicht finden. Aber wenn sie den Grund gefunden haben, stellen sich Glück und Lebensfreude von selber ein. So wie das Lachen sich von selber einstellt, wenn sie einen guten Witz gefunden haben. Lachen kommt von selbst, das können sie nicht anstreben. Und nichts blöder ist, als einen Witz zu klären. Lachen ist schwerer zu spielen, als weinen, sagen Schauspieler. Also, wirkliche Lebenslust ist immer Folge eines gefundenen Lebenssins. Glück ist Begleiterscheinung der Hingabe. Es gibt Dinge, und es sind die kostbarsten, die bekommt man nur, wenn man sie nicht auf direkten Weg verkrampft anstrebt. Punktuelle Lust und kurze Befriedigung kann man sich zur Not auf schnellen Weg heranziehen. Tiefe und bleibende Lebensfreude gibt es nur auf dem Weg der Himmlage. Wer diesen Weg scheut, wird sich ein Leben lang zufrieden geben müssen und weniger zufrieden geben müssen als dem großen Glück. Ich möchte die kleine und die große Hingabe unterscheiden, um uns einzuüben. Die kleine Hingabe erlebt man fast jede Woche einmal, aber man versteht mit der kleinen die große Hingabe besser. Im Urlaub waren wir früher oft in Holland an der Nordsee. Mein Tag war wie der andere kalt, windig, wolkig. Nach einem besonders verregneten Tag stand ich abends in der Küche und spülte wie immer das Geschirr. Als mich meine jüngere Tochter rief, schau mal, der Himmel! Und es sah wirklich unheimlich aus. Über uns hingen noch pechschwarze Wolken, aber über dem Meer, der ganz hinten am Horizont, war die Wolkendecke gerissen und bot der Sonne einen ganz schmalen Spalt. Es war kein gewöhnlicher Sonnenuntergang, diese schwarzen Wolken wurden von unten angeleuchtet. Ich schnappte mein Foto, rannte los über den Deich durch die Dünen. Ich war hin und weg und verknipste, damals noch analog, ohne es zu merken, fast einen ganzen Film. Eine kleine Inlage an dieses Naturschauspiel. Nicht mein Leben, aber immerhin ein 36 Bilderfilm habe ich hingegeben. Sind Sie schon mal abends um 22 Uhr mit einem Krimi ins Bett gegangen, wollten zum Einschlafen noch ein paar Seiten lesen, haben aber erst um 4 Uhr früh das Licht ausgemacht. Haben Sie schon mal eine Nacht hingegeben an ein Buch oder noch besser an Liebe oder an ein schreiendes Kind. Wenn Sie die kleine Hingabe kennen, verstehen Sie auch die Sehnsucht nach der großen Hingabe. In dieser kleinen Hingabe weiß ich für einen Moment, wo ich ganz hingehe. In der kleinen und bedingten Hingabe drückt sich meine Sehnsucht aus, irgendwo dazuzugehören. Noch dabei zu sein, wenn die Sonne untergegangen ist, die letzte Seite des Krimis gelesen und die Nacht vorbei ist. Ich meine eine Hingabe, die alle Teilhingaben des Lebens umfasst und ihnen eine gemeinsame Ausrichtung gibt. Wir sind auf der Suche nach etwas, woran wir unser Herz verlieren können. Das Herz zu verlieren empfindet man paradoxerweise gar nicht als Verlust, im Gegenteil. Menschen, die ihr Herz verloren haben, sind reich geschenkt. Mein Herz ist mein inneres Zentrum, meine Personenmitte, die Zentrale meiner Lebensentscheidung. Damit stoßen wir an das eigentliche Geheimnis unserer Sehnsucht nach Sinn. Wir möchten wissen, wo wir ganz hingehen. Zu welchen Menschen, zu welcher Aufgabe, mit allem, was Sinnfrage ist die Frage nach unserem Zuhause. Vielleicht gingen bei Ihnen eben die ganze Zeit schon die Erlaubnis an, wenn nicht, stelle ich sie jetzt an. Ihr Herz zu verlieren ist immer auch ein ungeheures Wagnis und Risiko. Denn Sie setzen ja nicht irgendwas aufs Spiel, sondern sich selbst. Sie können alles verlieren und alles gewinnen. Sie haben ja nur ein Herz. Wer sein Herz einmal was verloren hat, das sich nicht lohnte, der scheut das Risiko vielleicht den Rest seines Lebens. Sie müssen sich sehr genau überlegen, woran Sie Ihr Herz verlieren, denn das gewinnt Macht über Sie, wird zur Autorität, zur letzten sinngebenden Instanz, vor der Sie tun und lassen Verantwortung. Wir Menschen haben in Bezug auf unser Herz drei Möglichkeiten. Erstens wir behalten es einfach für uns. Dann, so zeigt die Erfahrung, wird es irgendwann kalt. Und das Einzige, was uns unser Herz dann noch geben kann, ist Ironie. Denn Ironie werden wir auch brauchen, um es auszuhalten, nirgends dazu zu behalten. Zweitens, wir verlieren unser Herz an etwas, das nicht dem Leben dient oder uns nicht auf Dauer tragen kann. Eine falsche Ideologie oder Religion. Das zeigt sehr verbreitet ein Hobby. Alle fangen irgendein Hobby an. Es wird uns für einen Moment oder für länger wirklich erfüllen, aber irgendwann wird es uns beherrschen. Dass Sie Ihr Herz an etwas Falsches verloren haben, merken Sie untrüglich daran, dass Sie verlieren Ihr Herz an etwas, was Sie erfüllt und befreit, über den Moment hinaus. Etwas, das die Fülle Ihres Lebens eben nicht einhängt und vereinnahmt, sondern ordnet und konzentriert. Sie verlieren Ihr Herz an etwas, das Ihnen mehr Kraft gibt, als es Ihnen genommen wird. Jetzt, so werden sich die Vorausdenkenden unter Ihnen sagen, ist der gleich beim lieben Gott. Ja, wirklich, jetzt wird das erste Mal das Wort Gott vorkommen. Aber ich muss Ihre Geduld, obwohl wir hier in einer so schönen Kirche sind, noch etwas strapazieren. Denn wenn jetzt gleich in einem Satz von Martin Luther von Gott die Rede ist, dann ist eigentlich noch gar nicht Gott selber gemeint. Dann geht es noch um das, was wir für unsere Götter halten. Luther sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Gott bedeutet dir deine Religion, dein Ein und Alles, dein Sinn des Lebens. Die meisten Menschen hängen ihr Herz nämlich an irgendwas und das wird dann erst ernehmlich und dann immer stärker zu ihrem Gott. Davon erwarten sie ihr Glück, das soll tragen in guten wie in schlechten Tagen, das wird angebetet, heimlich oder offen. Das Wort Gott meint hier noch gar nicht diesen persönlichen Gott, sondern nur alles, alles, was mir zur Gottheit werden kann. So wie es in der Geschichte der Menschheit unzählige Gottheiten gibt, mit oder ohne Gesicht. Gott steht hier bei Luther allgemein für Sinn, wie ich es vorhin beschrieben habe. Beide Worte, Gott und Sinn, sprechen von dem, woher wir kommen, wozu wir da sind, um wohin es mit uns geht. Wo ernsthaft vom Sinn des Lebens geredet wird, da wird von dem geredet, womit unser Leben steht oder fällt. Das heißt aber, die Sinnfrage hat eine religiöse Dimension, sie ist im Grund eine Glaubensfrage. Wer nach dem Sinn des Lebens fragt, der wird automatisch in die Frage nach Gott verwickelt, ob er es will oder nicht. Und auch noch ganz unabhängig davon, wie dann später seine Antwort ausfallen wird. Natürlich können sie auch ohne Gott sinnvoll leben. Natürlich können sie ihrem Leben einen Sinn geben, der mit dem Gott der Bibel nichts zu tun hat. Mein Herz kann ich an alles hängen, aber indem ich mein Herz an etwas anderes hänge, als an den lebendigen Gott, gehe ich eine Bindung ein, die der Bindung zu Gott entsprochen hätte. Ich besetze die Stelle in meinem Herzen mit etwas anderem. Die Bibel redet von Gott Ersatz. Woran du dein Herz hängen ist? Luther das ist dein Gott oder eben dein Gott Ersatz. Wissen Sie, was das Geniale an diesem schlichten, einfachen Satz von Luther ist? Er hängt keine theoretische, keine abstrakte Diskussion über Gott und den Glauben zu. Er fängt einfach bei uns Menschen an und fragt schlicht, woran hängt ihr Herz? Was ist die eigentliche Triebfehler ihres Lebens? Woran denken sie, wenn sie sagen, es stellt Gott und gar nichts? Wovon möchten sie anderen unbedingt erzählen? Worüber können sie nächtelang diskutieren? Und worauf können sie keinesfalls verzichten? Wenn ich persönlich ehrlich über diese Fragen nachdenke, fällt mir alles möglich herein. Und gar nicht immer zuerst der Gott der Bibel. Ein Herz hängt an meinen Kindern. Eine wichtige Triebfehler in meinem Leben ist leider die Angst. Wenn ich sage, ich denke gerade an nichts, denke ich immer an Rennräder. Über Fotografie könnte ich nächtelang diskutieren, auf Sport kann ich nicht verzichten. Und ich merke, alles Mögliche könnte zu meinem Gott werden. Irgendwie werde ich nicht da entscheiden müssen. Glauben heißt nicht, es ist mir verboten, von einem Rennrad zu träumen und erst rechtlich meine Kinder nicht mehr lieb zu haben. Glauben heißt, sein Herz an dem lebendigen Gott zu verlieren. Und das öffnet mein großartiges, genau wie mein erbärmliches Leben für Gott. Gott will mir nicht die Freude nehmen, aber er möchte nicht, dass etwas an seiner Stelle zum Gott Ersatz wird, weil er weiß, dass ich dann nicht mehr frage, selbst wenn es das Allerschönste wäre, was ich an diese Stelle setze. Ein Gott Ersatz bindet mich, fesselt meine Gedanken und Gefühle, beherrscht mich und lässt kaum noch Platz für anders. Sie kennen sicher auch Menschen, die von einer Ideologie, einem Hobby, einer Sorge oder sonst etwas geradezu besessen sind. Im Glauben geht es deshalb um eine echte Alternative zu den vielen Sinngebungsmöglichkeiten und es könnte sein, dass es ihnen dabei geht wie mir, dass sie entdecken, ihr Herz ist schon vergeben. Sie haben sich schon hingegeben, aber ihr Gott heißt einfach anders. Ich glaube, es ist deshalb immer ein Kurswechsel, eine Wendung. Gott kommt nicht irgendwie dazu als religiöses Gefühl für gewisse Stunden. Gott will um ihrer will die zentrale Sinnfrage klären und das kann er nur, wenn er in ihrem Herzen die zentrale Position hat. Er will ihnen etwas schenken, das er nicht in einem Leben raum abgehen kann. Gott will ein Zuhause schenken, die Gewissheit, woher sie kommen und das es gut ist, dass es sie gibt. Klarheit darüber, wozu sie da sind und Gelassenheit und Zuversicht, wohin es mit ihnen geht. Er sagt zu ihnen, du du Mensch bist da, weil ich dich gewollt habe und mich nach dir sehne. Du bist unterwegs zu mir und darum fällst du, wenn du das letzte Tor deines Lebenslaufes durchschreitest, eben nicht in ein tiefes Loch, sondern in meine Hand. Du bist geschaffen, aus der Kraft meiner Liebe zu leben und du machst mich glücklich, indem du diese Liebe ausgibst. Glauben heißt, dein Herz an Gott finden. Glauben heißt nicht, wie in der Umgangssprache etwas vermuten. Glauben bedeutet, die Gewissheit zu haben, dass Gott nur er, mir sinnerfülltes Leben gibt. Diese Gewissheit können sie sich nicht anlesen oder in Seminaren und Schulungen erwähnen. Sie können sie eigentlich nur in ihrem Alltag gewinnen, indem sie ihr Herz an Gott verlieren und alle Bereiche und Etappen ihres Lebens auf diese Mitte heilsam ordnen. Damit wäre für heute Abend eine Fährte gelegt. Mehr nicht. Ich habe nur einen Weg beschrieben, wo sie eine Antwort finden könnten. Es führt zu Gott kein Weg an ihrem Herbst vorbei. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte. Jesus hat sie mal erzählt. Da ist ein Landarbeiter. Er war und arbeitet auf dem Acker seines Dienstherrn. Dabei stößt er auf einen Schatz, er ist hin und weg, macht einen Freudensprung, krebt den Schatz aber wieder ein und läuft nach Hause. Zu Hause kramt er alle seine Ersparnisse zusammen, geht zu seinem Chef und kauft dem verdutzten Mann den wertlosen Acker ab. So gewinnt er den Schatz. Und ich wünsche Ihnen, dass es im Acker ihres Lebens so einen Schatz gibt, dass sie so etwas finden, etwas, bei dem ihnen sofort klar ist, es wäre ein Gewinn, mich an diesem Schatz zu verlieren. Und stellen sich einmal vor, Gott wäre dieser Schatz unerwartet oder langer sinnend. Sie hatten schon einiges über Gott gehört, Gutes und Schlechtes. Aber sie hatten mich damit gerechnet, ihn hier zu finden, auf diesem Acker, mitten in ihrem Leben, mitten in ihrem Leben. Und auch noch als Schatz. An den Himmel hatten sie die ganze Zeit geschaut, wenn von Gott die Rede war, und jetzt sind sie über diese blöde Christe gestolpert. Die Frage ist nur, werden sie weiter hinter den Ochsen und dem Flug ziehen, als sei nichts geschehen, oder werden sie diesen Acker kaufen, möglicherweise unter Einsatz ihres gesamten Kapitals. Ich danke Ihnen fürs geduldige Zuhören. zu sagen, Vielen Dank.